Direkt insnehmen, ja. Eluminium. Bezieher höhere Position. Tango. Bei dir auf 9 Uhr stellt ein Fahrzeug. Komm runter und steig ein. Das sieht mir schwer nach einem Stützpunkt aus. Wie konnte das bitte jemand entdecken? Erstmal alles so in der Army lernt. Alarmanlagen ausschalten. Wollte ich sagen, machen wir uns einfach rückweg. Okay, ne? Positiv. Ghostlyt fährt vor. Alles klar, dann geben wir uns ein bisschen Ruhe. Wochen. Schön. Kalt. Schluck. Lama-Schnaps. Wird langsam echt mal Zeit, dass wir im Hotel ankommen, Echo. Okay, stopp, 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 stopp. Oh Gott. An der Straße runter. Hast du das gesehen, was ich gesehen hab? Ich glaube, ich habe das gesehen, was du gesehen hast. Da vorne steht ein. Ich starte soeben eine Drohne. Blanker-Konvoi. Warum stehen die hier rum? Guck dir das nicht. Scanner. Hochrangiges Ziel. Soll verhört werden. Vielleicht auch immer der. Hochrangiges Ziel für Geheiminformation. Primärziel ist aber dennoch das Fahrzeug. Okay. Wir schaffen den Fahrer auszuschalten. Ich würde eigentlich meine Drohne starten. Aber irgendwie wird die Steuerung nicht. Okay, der Fahrer ist allerdings das vorrangige Ziel. Wir können die Fahrer ausschalten. Verliert dadurch unser sekundär Ziel. Aber wie gesagt, primär Ziel ist der Funkwagen. Ich habe freien Blick auf den Fahrer. Okay, ich habe freien Blick auf... Ich habe freien Blick auf... Ich auch nicht. Mensch. Ich prüfe soeben mal was. Ich habe gar keinen Blick darauf. Das Ding ist, ich habe einen genauen Blick auf den Fahrer. Aber er checkt irgendwie das Ziel nicht. Laut meinen HUD. Okay, ich versuche den Fahrer auszuschalten. Fahrer ist Nummer 1. Ich wurde weg. Ausgeschalten. Perfekt. Stück Rückzug, Rückzug, Rückzug. Solange die Fahrzeuge noch dabei sind. Komm ich zu dir auf deine Position. Okay. Ja, Zivilist, verpiss dich. Okay, wenn er sich ergibt, brauchst du nicht weiter drauf schießen. Okay, oder, 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 oder. Ich schalte den Fahrer von dem Santa Blanca. Okay, der Fahrer ist ausgeschalten. Zivilist ist im Weg. Ah, ich bleib hart. Tangle down. Das war ein klassischer Doppelpill. Das war ein klassischer Doppelpill. Okay, markiere das Ziel. Vorsicht, einer ist noch übrig. Okay. Ich lege irgendwas am Boden. An dem Typen möchte ich mich gerne rechnen, der mich da abgeschossen hat. Okay, warte aber auf der rechten Seite, hinter mir sind auch noch Narcos. Deckung mit deinem Auto. Okay, warte. Das wäre ja die perfekte Tarnung für uns. Moment, ich krieg grad einen Einsatz rein. Okay, Moment, wir haben hier oben sensible Daten. Ich glaube, das sollten wir uns mal ein bisschen näher anschauen. Was sagst du? Positiv. Ach, der erste Tango hat mich schon gesichtet. Wie das denn? Ich weiß es selber nicht. Hier ist keiner eigentlich. Ja, da muss es gewesen sein. Oder der da? Oh, der da war es. Oder der, oder der, oder der. Okay, es könnte natürlich wirklich der gewesen sein, der oben auf der Alustrade stand. Okay, wie viele Narcos sind es denn? Ich zähle drei. Tja, bis jetzt drei gesichtet. Okay, rück jetzt ein Tor vor. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Bin jederzeit bereit, ja, einzurücken. Okay. Achtung, Zivilisten. Sehe es, drei Narcos. Okay, hier kommt einer auf mich zu. Siehst du den hinteren von den beiden? Ich sehe gar keinen. Achtung, Achtung, neben dir direkt. Ja, haben mitbekommen. Ich weiß ja nicht, warum sie mich jetzt gesehen haben. Wie und warum und was. Ich versuche irgendwo eine andere, bessere Position zu bekommen. Ja, alles für den Arsch. Oh Gott. Ja, pass auf, da will ja einer abhauen. Ja, pflichte zu Fuß. Wollt ihr mich verarschen? Okay, ich habe das Fahrzeug gestoppt. Okay, ich muss jemanden verhören. Alles gut, alles gut. Wir sind zwar umkämpft, aber... Okay, ich habe Informationen über einen Versorgungszugschrauber. Okay, pass auf, da kommt er über die Mauer. Ich bin ja in einem Auto. Okay, Ziel ausgeschalten. Ich war da eiskalt überfahren. Und zwar von einem... Nee, wow. Ohne Spaß. Die kommen mit zwei Autos. Die fahren da. Die parken direkt bei mir. Kommen vier Leute. Die fährt wie so ein Blöder. Perfekt, ein Fahrzeug ausgeschalten. Vier Leute immer noch da. Alter, wird das hier los. Okay, zwei Narbeis ausgeschalten. Achtung, Achtung, die sind zwei auf den Stein. Einer auf dem Stein. Direkt an der Hausamau. Perfekt. Hab ihn. Keine weitere Sicht. Ich glaube, das ist nicht. Ich lieg direkt neben dem Auto. Dankeschön. Ich konnte ja keiner ahnen, dass hier einer ankommen und einen direkt wegrammen. Bei den Leuten muss man auf alles gefasst sein. Okay, erledigt. Ich glaube, hier ist alles schon sauber, kann das sein? Ja, ich war fleißig in der Zeit. Während ich da rumgelegen habe. Kein Problem, auch munitionieren und geht's weiter. Okay. Okay, ich habe noch Informationen gefunden. Positiv. Ich hasse diesen Radiosender. Vielen Dank. Ich muss mich gerade einmal ganz frisch machen. Dann wärmen wir uns doch mal ganz kurz. Okay, warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich habe da oben gerade was gesehen. Was mir vielleicht zusagen könnte. Oh, nice. So stelle ich mir das vor. Echo? Ghost Lead. Ich habe ja was Schönes gefunden. Mhm, gleiches hier. Wo bist du denn? Ich bin in der Garage. Ich bin hier Chauffeur zur nächsten Mission. Tja. Jeder von uns hat was Gutes gefunden. Ohlala. Es ist ja schicki me. Ghost Lead. Darf ich bitten? Sehr gern. Jetzt bin ich mal gespannt, was der hier alles kann. Achtung. Und los geht's. Oh, wir haben erklärt. Probefahrt. Ich habe es mir besser vorgestellt. Kannst du? Achtung. Achtung. Pauce Leid. Oh. Ohhe, was machten die denn? Barbecue? Ich glaube, die freuen sich gerade darüber, dass sie einen Traktor am Wort haben. Okay, das war komisch. Hm, warum brah ich mir? Nein, Schufach. Super lecker. Ghostlyt, kennst du die drei Wochen Regel? Haha, alle Schokoriegel, die noch keine drei Wochen auf dem Boden lagen, kann man noch essen. Super, klasse. Ich wüsste nicht, dass ein Anschuf wach als Bodensee. Hm, der hat auf jeden Fall Geschmack. Ponto, ja, okay. Ja, dann. Ich packe einfach mal hier irgendwo. Ja, wie sieht der Bruder aus. Ja, ich habe ein Auto mitgebracht. Viel Spaß damit. Brauche sie nicht mehr so viel Müllkramen. Ich habe gar Informationen erhalten, von diesem Herrn, dass sie für uns wichtige Dokumente sein könnten. Den muss ich doch gleich mal prüfen. Junge Frau, bitte nicht schuppen, ich habe Joghurt am Ruck. Ah, das war keine wichtige Information, das war ein Tape. Meine Koka-Werdorf, ja, ja. Oh, was zu essen. Junge Frau. Junge Frau. Wir sind zwei arme Soldaten, die sehr hungrig sind nach ihrem Einsatz. Wenn sie... ...dürfen wir uns etwas von ihrem wohlervollen Essen nehmen. Das wäre super nett von ihnen. Tatsächlich, oh, vielen Dank. Oh. Nam 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 nam. Nein, das Essen werde ich mich ja trotzdem nicht gewöhnen. Okay. Die Jugend hat ja auch Spaß mit ihren Motorrädern. Das ist wie... ...wie in irgendwelchen amerikanischen Vorstädten. Black Echo, hast du die Minen aus dem letzten Versteck mitgenommen? Ich prüfe das mal eben. Ähm. Nein, tatsächlich habe ich die Minen liegen lassen. Ich habe die Erblöckungsküller mitgenommen. Ungünstig, ich weiß. Dann würde ich sagen, wir checken nochmal ganz kurz unsere Ausrüstung und machen uns auf den Kampf bereit. Für den Kampf bereit, nicht auf den Kampf bereit, sondern für den Kampf bereit. Positiv. Die Sande. Die Sande macht's wieder. Hast du schon einmal verstanden, warum vom HQ angefordert wurde, dass wir in alle diese Nachschubkisten zwei Peile Sender packen sollen? Hm. So direkt eigentlich nicht. Ist aber eine gute Frage, die ich vielleicht im nächsten Briefing mal mitnehmen werde. Okay. Ich nehme an, hier ist schweres Geschützern gesagt bei der Verteidigung. Ich habe das Sturmgewehr eines Rovellenanführers gefunden. Ich habe das Sturmgewehr eines Rovellenanführers gefunden. Was anderes nebenbei. Mal. Im Nicht-Woldplay sozusagen. Hatten wir nicht in der Beta noch so eine Skorpion oder so was? genau die center blankers gruppieren die habe ich ja gar nicht die ist gelockt und ich nur mal anmerken keine ahnung wie wir die vorigeschalten okay ich schnippe noch einmal munition und dann bin ich gerüstet da oben auf dem berg war glaube ich eine gute position das ganze zu verteidigen positiv die imposition nicht folge sobald ich den sender platziert habe dann aus an zwei fahrzeuge die sind schon an mir vorbei nein ich bin nicht an dir vorbei aber ich eröffne das feuer ich habe keine möglichkeit über diesen blöden zaun zu springen achtung granate ich flanke hier leicht vorsicht ziel hinter mir ziel hinter mir oh gott ja schön wo kam der denn her stand im haus es kommt noch ein fahrzeug ich muss eine munition auch sammeln kreis mit unter dem berg war noch zu den waffen ich bin da ich bin da ich bin in der position ich bin in der jeep ich bin in der jeep oh gott ich lege an der bergspitze habe aber noch eine granate geworfen die hat aber nichts gebracht ich bin in der besuch ich stehe unter feindbeschuss komm schon danke ach du drück zurück 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 in die kirche ok ok verschaffen wir jetzt einmal einen kürzen überblick tangos befinden sich nur unten einer alle an den irgendwelchen autos ok ich schnappe in den ersten schmerfeuer hat nichts gebracht ok ich bin da interessant bis auf da befindet sich noch irgendwo ein narko ok du hast du noch 23 sekunden tja liebe zuschauer wie ihr seht extrem ist extra ist doch schon ist doch schon ein wenig als junge jetzt belebt ihn doch mal wieder das ist so zum kotzen ach so das bist du okay achtung tango würde ich direkt wahrscheinlich angreifen okay wie viele denn noch okay das ist jetzt bloß ein fahrzeug großglied ja ich glaube es wird zeit für ein labenschnaps ich glaube es ist schon wieder zeit für ein labenschnaps und ein und ein hühnerkopf ja so weiter traditionell getrunken aus einem kopf ich markiere auf der karte ein hotel wir haben dafür ein bisschen zu tun für das hotel aber so würde ich sagen können wir uns erst mal ein schlückchen